Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu The Last of Us Part II, zu einer spektakulär neuen, spannenden Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Euer T, wie immer, für euch natürlich am Mic. So, hier haben wir gleich schon den ersten Brief. Wir sind hier noch unterwegs zum Krankenhaus. So, weitergeben. Die Ältesten haben in einen Waffenstillstand mit den Wurfs eingewilligt. Sie werden sich von unserer Insel fernhalten und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. Okay. Ja, wir waren hier wohl so ein Computerzentrum, oder was? So, wir haben den Weg ein bisschen umgangen. Da ist er! Warum haben wir das nie entdeckt? Wir gucken mal hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Oh, shit! Okay. Jetzt aber... Ach, du Scheiße. Ich hasse die blühen Regenmäntel. Okay. Was können wir machen? Hey! Nach vorne! Okay. 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 Wo ist der andere? Der ist noch nicht tot. Ich will hier nicht mal eine gute Munition für die verballern, für die Assis. Zack. Ich krieg dich auch, mein lieber. Kopfschuss. Bam! Ende im Gelände. Schön viel Munition haben die dabei. Alter Schwede, mega auseinander gefetzt hier. Boah! Heavy. Schau mal lieber, hättest du dich mal lieber nicht mit mir angelegt, ne? Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Ich will hier nochmal eben gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Scheiß Haus. Willst du mich was darüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Nix. Kommt man hier nicht rein. Hier ist auch nix. Super viel. Oh, was für ein hübsches Büro hier. Und schon wieder eine Küche. Und viele Mikrowellen. So, das habt ihr jetzt davon. Da geht's weiter, sehe ich gerade. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Ist das der für ein Assi? Für eine Assi-Location hier. Voll Assi. Okay. Lass uns weiter, Baby. Das ist das Chefbüro, wa? Seid ihr denn, ne? Okkulte... Skars haben das gebaut? Seraphiten? Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa... Fantastisch. Super. 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 Ach, hier ist wieder... Ja, ne, wir haben nicht genug Teile. Nützt uns nix. Aber hier sind endlich mal Pfeil und Bogen so ein bisschen. Dass wir den mal wieder nutzen können. So, da kommen wir hoch. Ist auch cool, dass das immer beleuchtet ist, denn... Kann man das ein bisschen besser erkennen. Hier ist noch eine Art Schiebetür. Okay. Okay. Ah! Oh, schon wieder die Regenmäntel. Die sind ja vielleicht nervig. Er ist mutig. Okay. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elisabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon... Das hat nix gebracht. Das war für Moors, würde ich sagen. Das wird das Beste sein. Ja. Na klar. Ist da was? Ich will nicht. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Ich glaube, das hat niemanden getroffen. Kann von diesem blöden Qualm, kann man zwar nix sehen hier. Okay. Shit. Da muss man aufpassen. sauber kann schon gut mithelfen so jetzt tauschen wir mal das dick ist ja hammer mäßig okay ich muss mal eben runter runter nun machen ich habe ja gar keine zeit hier mal eben manchmal eben das ding wieder ja 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 ich brauche noch eins mega im eimer jawohl mein bester das war's für dich okay da habe ich noch einen schuss die können deine seele nicht okay ich habe den noch kommt gleich wieder einer runter glaube ich ich gehe mal ins gras hier ist gras das ist gut da haben wir einen besseren überblick ich hätte vielleicht doch nicht zurückgehen sollen hier ins gras und da muss ich aufpassen da ist aber echt gehen wir hier mal rein da ist keiner die springen hier überall rum da ist er ich kann von allen seiten hier kommen das ist total schiete hier mal ins gras sauber zack oh shit nun lad doch mal nach mädchen so so anderes alter schwede was geht hier ab der hat gar nichts dabei voll die asi regenmäntelfiecher hier was seid denn alles für asis okay lass mal hier wechseln die hat auch nichts dabei die hat auch nichts dabei was seid ihr für asis so ich glaube wir haben sie jetzt da liegt noch was hier hoch oder wo müssen wir lang ah hier okay ja ich glaube wir haben sie alle ich glaube das war es da geht es nicht weiter hoch okay da geht es komplett runter da ich habe doch noch von diesen der kommt nicht oh shit der kommt nicht oh shit shit man die könnte sich aber gut verstecken nur da ist er zwei da zack den haben wir das 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 okay nach okay Wo ist die denn? Voll das Versteckspiel hier! So, ich muss nur mal eben. So. Okay. Irgendwas. Oh Gott! Okay. Zack. So, den haben wir auch. Meine Güte, waren hier viel Gegner. Das sag ich dir. Super nervig. Ach, Lev. Stimmt, die heißt ja Lev. Ich glaub, hier sind wir richtig. Da, der Fall, das ist schon mal gut. Liegt hier noch irgendwas? Hier haben wir ganz schön Ressourcen verschwendet. Da kommen wir runter. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Ich glaub, wir müssen hier irgendwie weiter. So, wir gehen hier mal weiter. Oh, der hat's wirklich in sich hier, der Krankenhauslevel. Das ist ne gute Idee. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Oh. Ja. Ah, das macht einfach so'n Spaß. Ja. Der Hammer ist echt cool. Obwohl, der ist auch schon ein bisschen abgenutzt hier. Da. Da. Oh, Teile. Jetzt haben wir, glaub ich, genug Teile, um abzudaten. Mit der Waffe. Oh, hier sind aber ganz schöne Winde. Schade, dass man diese Zeit jetzt nicht nutzen kann, um noch irgendwas zu basteln oder zu bauen. Oh, mein Gott. Denk an die guten Seiten der Erd. Die guten Seiten. Ja, du läufst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzknopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Ah, wir sind verletzt, ne? Denk an, dass dein Körper sich nur für das Kommen wird. Nur in der Schwäche findet man die wahre Stärke. In der Schwäche findet man die wahre Stärke. Okay. Okay, ich will mal eben ganz kurz was schauen. Ach, das muss ich zurück zum Hauptmenü. Das ist dann auch doof. Ich werde das nächste Mal die Dialoge noch ein bisschen lauter stellen. Irgendwie sind die ein kleines bisschen leise hier, habe ich so das Gefühl. Oh, hier Isolierwand. Sie sind gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Ah, Teile. Wie praktisch. Also Abby, die macht ja wirklich alles, ne? Das ist unfassbar, also... Am Anfang hat man sie gehasst wie die Pest, aber mittlerweile habe ich sie doch ganz gut ins Herz geschlossen. Obwohl ich ihr das mit Joel immer noch nicht verziehen habe. Aber man kann das vielleicht ansatzweise verstehen, weil Joel ja auch ihren Vater getötet hat. Tja. Aber Mord für ein Mord ist nie richtig. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Ähm, komm hier nach. Fuck. Hat geklappt. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lebst doch. Oh mein Gott. Nicht? Ich meine, es ist nicht die beliebte für den. Äh, das kann ich mir vorstellen. Guck, einfach nicht nach unten. Hä, wo ist er jetzt denn? Ach, da. Oh, aufpassen. Wie fühlst du dich? Oh, bestens. Auf die wahre Sterbe. Wie neu geboren. Cool. Ach, nichts. Oh, die Kamera ist manchmal ein bisschen schwierig zu, äh, zu händeln hier. Verkrampft. Ihr habt verkrampft gewirkt. Die haben gerade Sex gehabt, da ist gar nichts verkrampft, mein Lieber. Die Abby ist gerade mal richtig schön drangenommen worden hier. Vom Owen. Ach, du Scheiße, Lev. Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Oh mein Gott. Das ist ja grauenhaft. Vorsichtig. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Ja. Keine Angst. Was dann? Der Ozean. Ach, du Scheiße. Schön vorsichtig. Okay, hoch. Wir sind fast da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, was für Wege. Oh fuck. Oh fuck. Komm zu mir. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch du kannst. Wir können das. Aber du fürst. Komm, Sir. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Oh mein Gott. Okay, was du geschafft hast. Du schaffst das. Da ist die Leiter. Oh ho 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 ho. Die werden ja immer schlimmer, die Wege. Was die hier riskiert für eine Freundin. Das ist schon... Großes Kino. Kann man nicht anders sagen. Oh, das war ein Satz mit X. Zumindest sind wir nicht tot. Wo sind wir? Im Schwimmbecken gelandet hier? Tatsache. Aus der Entfernung durch die Scheibe. Das ist schon hart. Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Ah, die sind gut durchtrainiert, ne? Das ist schon... Dem Lev macht das nix aus. Okay. So. Meine Lieben, wohin jetzt? Das kann ich euch sagen. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Nächsten Boxenstopp hier. Und sehen uns in der nächsten Folge hier wieder von The Last of Us Part 2 auf der Playstation Niegelnagel neuen Playstation 5. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Am besten Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neueren Videos mehr verpasst. Ja, abonnieren macht reich und schön. Das darf man nie vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.